So, da ist uns nicht der Kragen geplatzt, sondern der Reifen vom Hänger. Jan fährt jetzt, hängt den Hänger jetzt ab und dann fährt er den Wagen stück vor, damit der Abschlepper da reinfahren kann. Deswegen werden wir nicht abgeschleppt. Wichtig ist, dass ich nicht den abschleppern muss. Ich habe keinen Bock auf Zirkusattraktionen und Kunststücke. So, hupsala, wisst ihr Bescheid? Und die Hunde sind sooo brav und denken sich, was ist das für ein lustiger Spaziergang? Direkt an der Autobahn. Also, in diesem Sinne, um Gottes Willen. Oh Gott, ey.